Untertitelung im Auftrag des ZDF Hallo meine verehrten Gäste und herzlich willkommen bei DSDS. Ich bin der Pop-Titan Dieter Bohlen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin seit 16 Jahren jetzt bei DSDS und ja, viel Spaß mit der folgenden Sendung. Hallo, ich bin Karolin Nemtschak. Ja, das ist meine neue Frisur, die habe ich mir neulich erst schneiden lassen. Finde ich ehrlich gesagt wunderschön und jetzt viel Spaß mit Deutschland sucht den Superstars sucht Deutschland. Hallo, ich bin Marvin. Ich bin 32 Jahre alt, komme aus Nürnberg und arbeite als Käserei-Fachverkäufer. Und ich möchte heute für die Jury was schicken, weil, ähm, weil... Hallo, liebe Jury. Und ich bin der Marvin. Bin 17 Jahre alt, komme aus GoCast und bin gleich am Suchen, Arbeitssuchen. Und, ähm, ich mag auch die Crow, ähm, Easy von Wop 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 Singern. Ähm, wenn es... Ich hoffe, es gefällt es. Äh, ich liebe einfach, ähm, Musik und Schnee über alles. Musik ab! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Mega geil, Alter, machst du das? Wirklich toll, nice! Musik ab! Wop 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 Musik Machen Musik J advising高 Musik Tabiki Fahrzeug ZDL MAN mehr Ich meine, was trinkst du denn für eine Scheiße, man? Hast du keine Kopf am Ohren oder was? Also ich finde, du hast es nicht mal so schlecht beformt. Ich finde, das ist nicht so schlecht und du hast es wirklich ganz gut gemacht. Allerdings möchte ich dir trotzdem, also für mich reicht es trotzdem nicht für ein Superland, darum will ich dir leider ein Ja geben. Also für mich hat es leider nicht gereicht. Ich finde, du hast leider kein Potenzial und du verpissst dich von unserer Show und schneit dich an unserem Studio. Nein, Alter, ein Jahr wollen wir ja sein, ein Jahr verpässt mich, ich halte euch, 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 ich halte euch. Nur 10.000 Euro pro Anruf, Leute. Und das Beste ist, ihr bekommt Sofortüberweisung. Das bedeutet, dass es am Montag in einer Woche auf eurem Contest Sofortüberweisung bei RTL. Und jetzt die Werbepause, wir sehen uns gleich wieder. Das wird mega. Praline oder Riegel? Duplo Chocnut, der wahrscheinlich pralinigste Riegel der Welt. Ich habe hier gleich mein Mikrofon mitgenommen. Ich habe hier heute für euch. Ja, ich hoffe, euch gefällt es. Ich bin einfach so ein ganzes Gangsterrapper. Ich liebe das einfach. Ich bin Gäse-Reike-Fachverkäufer. Ich singe da immer gerne. Wenn ich Gäse runter schneide, singe ich immer gerne im Rapper. Also, ich hoffe, es gefällt euch und ich würde sagen, Musik bitte. Ja, 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 ja. Okay, ja, bitte, bitte. Oh, ja, man! Let's go! The music! Oh, my God! Oh, ja, da go, da go! Und das bin ich gut drauf! Oh, ja, 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 ja! Michi nicht euch, Michi Kass. Also, von mir kriegst du ein, ähm... Von mir kriegst du ein Nein. Also, mich hat es nicht überzeugt. Was sagst du? Oh mein Gott, das ist so geil, was du hier gesungen hast. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so gut singen kann, also wirklich, das ist so krass, dass du so gut singen kannst, hatte ich mir das wirklich nicht gedacht, aber ich finde trotzdem, du bist der schlechteste Sänger auf dieser Welt. Tut mir leid, ich muss ja nein. Leute, das war es mit DSDS. Wenn es euch gefallen hat, schaut ihr die nächste Woche am 20.15 Uhr nochmal ein. Schönen Tag noch und Tschüss. Schönen Tag noch und Tschüss.